Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es ein Review und zwar zu dem Film Die Farbe aus dem All und los geht's mit dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute mal wieder ein Review zu einem aktuellen Film und zwar Die Farbe aus dem All, der zur Zeit in einigen Kinos kurz anläuft, aber schon im April, Ende April, ja auf Blu-ray, erscheint in sehr schönen Media Books übrigens und einer geilen Special Edition. Link findet ihr natürlich alles ja unten in der Videobeschreibung. Was soll ich noch sagen? Ach und Anfang April erscheint er schon digital, ich glaube am 5.4., ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wie gesagt und Ende, ich glaube 20. bis zum Ende April hin erscheint er dann wie gesagt auf Blu-ray. Ja, Die Farbe aus dem All Film mit unserem, ja, also jetzt unseren Freund Nicolas Cage, ja, entweder man mag ihn oder man hasst ihn. Ich bin ja ein sehr großer Fan von ihm, obwohl er auch sehr viele Kurzfilme gemacht hat, aber wie gesagt, Mandy finde ich ein sehr, sehr genialer Film, in der vor zwei Jahren, glaube ich, war das schon, äh, war ja sehr, sehr genial. Und jetzt haben wir hier, äh, die Farbe aus dem All von H.B. Lovecraft, äh, der die Geschichte geschrieben hat, haben wir das jetzt hier in die Jetzt-Zeit, ja, also der Film spielt in der Jetzt-Zeit, die Geschichte von ihm ist ja schon, ich glaube nicht, aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich, wo das da spielt. Jedenfalls in der Jetzt-Zeit, wie gesagt, wir haben Handys, wir haben, äh, Telefone, wir haben, ja, Internet, alles Mögliche. Das wurde gut in diese Geschichte integriert. Die Geschichte halt ja davon, dass hier Nicolas Cage mit seiner Familie in so einem Wald wohnt, äh, so eine kleine Farm dort hat, wo er Alpakas, äh, ja, melkt. Ja, das klingt sehr merkwürdig, aber, ähm, ja, wo er, äh, ja, Alpakas hat, wohnt er dort mit seiner, ja, Familie, wo denn dort ein, ja, Meteorit abstürzt, äh, der ein bisschen die ganze Gegend verändert, ähm, ja, und natürlich auch die Familie verändert und dann passieren oder, ja, ja, skurrile Sachen. Mehr möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht sagen. Ähm, ja, fangen wir an. Wo fange ich an am besten? Nicolas Cage hier, fangen wir mit ihm natürlich an. Absolut genial. Also er spielt hier wieder, er kann wieder Nicolas Cage sein, so wie schon bei Mandy. So schönes Overacting, so schön übertrieben und man sieht, er hatte wieder richtig Spaß an der Sache und er kann es hier auch spielen. Also diese Rolle gibt es her, dass er so über, über, die sein Overacting so machen kann. Das passt einfach zu dieser Rolle, die er dort spielt, wenn dann nachher die Familie allmählich, ich sag mal so in Anführungszeichen, will ja hier nicht groß was spoilern, so verrückt wird und er dann halt dort sein, ja, Nicolas Cage richtig raushängen lassen kann. Die anderen, äh, ganzen Schauspieler fallen da so ein bisschen natürlich ab, machen ihre Sache aber ganz gut. So an sich der Film, auch filmisch sehr gut umgesetzt, äh, kameramäßig, er sieht gut aus. Er hat ein paar Effekte, die jetzt nicht so ganz hundertprozentig perfekt sind. Das sieht man auch, der Film, er wirkt dann so ein bisschen wie so ein Lo-Budget-Film, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm, weil wir auch viele handgemachte Effekte haben, die wieder sehr, sehr geil aussehen. Also ist jetzt nicht so, dass es stören würde, dass es einen so aus der Welt rauszieht. Das sieht eigentlich schon sehr gut aus, auch mit dieser Farbe, denn wir haben ja da diese Farbe aus dem All, ist ja so Magenta, glaube ich, nennt man das. Hier diese Telekom-Farbe, ist das denn so, die dann immer, also das sieht alles sehr gut aus, ist gut gemacht. Der Film braucht ein wenig, bis er in die Gänge kommt, so, er stellt so ein bisschen die Charaktere vor, bis dann so alles so ein bisschen, hm, alles losgeht, dauert es ein wenig, aber dann dreht der Film völlig frei, äh, ja, ohne jetzt hier was zu spoilern, ja, geht's dann richtig los nachher. Wir haben auch ein paar, ich sag mal, das sind jetzt nicht viel, äh, ja, so ein paar krasse Effekte oder krasse Szenen, aber das sind jetzt nicht allzu viele, aber an sich wirklich ein solider Film, der mir wirklich sehr gut gefallen hat. Ich gebe diesem Film eine 4 von 5, ja, also ich bin sehr überrascht, ich werde mir auf jeden Fall auch dieses Mediabook holen, da wird es dann hier auch an dieser Stelle noch ein Unboxing geben, äh, auf jeden Fall. Eins von den beiden, es gibt ja zwei Mediabooks, die Special Edition, die Special Edition jetzt nicht, die ist mir ein bisschen zu teuer, aber so ein Mediabook wird auf jeden Fall in meine Sammlung wandern. Ja, wie gesagt, wer auf, äh, Nicolas Cage steht, äh, ja, unbedingt reinschauen, wer jetzt auch denkt so mit, es heißt auch von den Prozenten von Mandy, äh, mit Mandy würde ich ihn jetzt nicht vergleichen, das ist noch eine ganz andere Nummer. Mandy war ja mehr so ein Kunstfilm, also wir fanden ja auch viele nicht ganz so gut, also es war ja so ein Zwiegespalten, so ist dieser Film jetzt hier nicht, das ist ein ganz, ja, geht in eine ganz andere Richtung, es geht zwar auch ein bisschen langsam los, aber dann, äh, schon in seinen vollen, äh, wieso jetzt keine Fünf von Fünf, äh, das liegt daran, dass sich die Geschichte, zum Schluss nachher haben wir so ein paar, naja, ich sag mal, Charaktere verhalten sich sehr merkwürdig, wenn man ein bisschen überlegt und nachdenkt, dann sagt man, okay, könnte so sein, aber das wird ein bisschen zu wenig erklärt, da sind so ein paar unlogische Sachen nachher, ein paar Ungereimtheiten, die auch nicht so aufgeklärt werden. Das hat mich so ein bisschen gestört, dann, dass die anderen Schauspieler so ein bisschen äh, gegenüber Nicolas Cage, der wirklich hier wieder brillant ist, äh, das hat mich noch so ein bisschen gestört und, ja, sonst eigentlich nicht viel. Der Film ist, wie gesagt, mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Schreibt in den Kommentaren, hoffe ich, die euch den Film ansehen werden, vielleicht habt ihr ihn ja auch schon gesehen, den könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben oder schreibt mir einfach, was für eine Edition ihr euch hochholen wollt, äh, die sehen ja alle ziemlich cool aus und, ja, in diesem Sinne soll's auch gewesen sein. Vielen Dank für's Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.